Servus! Höchste Zeit euch auf die neue Saison vorzubereiten. Beachtet die folgenden einfachen Verhaltensregeln beim Stadionbesuch und einem gesunden Saisonstart wird nichts im Weg. Bitte plane deine Anfahrt möglichst frühzeitig, damit du großen Andrang vermeiden kannst. Beim Einlass in der Arena und beim Verlassen gilt Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Auch wenn dir vielleicht mal nicht gefällt, was du siehst, trage deinen Mund-Nasen-Schutz immer ordnungsgemäß, sobald du nicht auf deinem zugewiesenen Platz sitzt. Bitte beachte, dass beim Anstellen am Einlass, am Kiosk, vor den WCs und in sämtlichen Bereichen der Eisarena ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten ist. Um ein mögliches Ansteckungsrisiko zu minimieren, bitten wir dich jeglichen Körperkontakt zu vermeiden. Genieße das Spiel bitte auf deinem fit zugewiesenen Sitzplatz und halte zwischen dir und deinem Sitznachbarn einen Platz frei. Reinige deine Hände regelmäßig und gründlich mit Seife oder einem Desinfektionsmittel. Danke, Chippie, aber jetzt schnell zurück wieder ins Tor. Two minutes for sneezing. Bedecke deinen Mund und deine Nase beim Husten oder Niesen bitte mit dem Ellbogen. Unsere neu verbauten Osonos-Geräte in der Bulls Lounge beseitigen nicht nur Viren, Keime und Bakterien aus der Luft und zu mehr als 90 Prozent von Oberflächen, sondern befreien auch von möglicherweise unangenehmen Gerüchen. Mahlzeit! Danke für eure Aufmerksamkeit und vergesst nicht, true fans save the season!